Der Strand von Rocky Beach ist auch bei Joggern sehr beliebt. Dieter, der Sportliste der drei Fragezeichen, hat bereits seine beachtliche Strecke zurückgelegt. Strand, Vollmond, kein Mensch weit und breit, Romantik bis zum Abwinken. Schade, dass Kelly nicht hier ist. Was ist da auf der Insel los? Auf Anapamu wohnt doch keiner. Komisch. Vielleicht, wenn ich mit meinem Handy ranzoome. Da bewegt sich etwas im Nebel. Sieht aus wie eine Schlingpflanze. Oder Arme. Große Arme. Das gibt's doch nicht. Ein Krake. Ein riesiger Krake. Wo ist der hin? Ein riesen Krake. Das glauben Justus und Bob nie. Geh schon ran, Just. Justus Jonas von den drei Detektiven. Ich bin's, Peter. Du glaubst nicht, was ich gerade gesehen habe. Ein gigantischer Krake lauert vor Rocky Beach. Das gibt's doch nicht. So. Wie ist es? Das ist das.